Der Trending Topics Podcast. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge. Wir sprechen mit Experten über Startups, Unternehmertum und Innovation. Der Trending Topics Podcast. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Trending Topics. Mein Name ist Max Lammer und ich habe heute einen Regisseur zu Gast in Leasing, Wien 23. Ich bin zu Gast bei der Firma Telehase und mein Gesprächspartner ist Markus Stelzmann. Seine Rolle ist Regisseur und er wird uns auch gleich erklären, warum er Regisseur ist, obwohl es eine Firma ist. Keine ganz normale, aber sicher eine der innovativsten und spannendsten Unternehmen in Österreich, die wir uns zum Thema neue Welt des Arbeitens und Employee Experience vorstellen können. Lieber Markus, danke, dass du Zeit hast für mich. Vielen Dank für dein Kommen. Ich habe mich bisher umschauen dürfen bei dir in eurem tollen Unternehmen hier im 23. Bezirk. Du bist Regisseur. Vielleicht kannst du uns mal ganz schnell erzählen, was ist deine Rolle, deine Funktion und vielleicht können wir dann im zweiten Schritt erklären, warum es diese Rolle und Funktion gibt. Also der Regisseur, also formerly known CEO, wir haben einfach diesen Begriff verwendet oder ich habe mir diesen Begriff ausgesucht, weil wir klassisch einfach ein anderes Bild zeichnen wollten, wie CEOs oder Menschen in der Zukunft im Unternehmen wirken sollten. Und da ist einfach das Thema, das Regisseur hat uns gut gefallen. Wir haben hier Menschen im Unternehmen, wir haben Fachleute im Unternehmen wie Schauspieler und meine Aufgabe ist, gemeinsam mit ihnen ein Film zu gestalten, sie zu befähigen, ihr Bestes zu geben und die Verantwortung für ihre Rolle übernehmen zu können. Und darum habe ich mir diesen Titel des Regisseurs ausgesucht. Fangen wir vielleicht dort an, wie es überhaupt dazu kommt, dass man einen Regisseur in einer anderen Definition oder die Rolle des CEOs anders definiert. Ich war schon in der Industrie, im industriellen Umfeld tätig. Also ich habe viele Dinge in meinem Leben gemacht. Bin einerseits Lehrer, bin aber auch noch Werkzeugmachermeister und lauter solche Sachen. Und war schon in großen mittelständischen Unternehmen, in leitenden Funktionen und hatte auch schon eigene Unternehmen. Also habe Unternehmen gegründet. Irgendwann habe ich dann den Christoph hier kennengelernt und zwar über das Thema Elektromobilität. Und der Christoph war oder ist hier, sage ich einfach mal, ist Eigentümer des Unternehmens. Das heißt also mit seiner Mutter zusammen Eigentümer des Unternehmens. Und der Christoph hatte die Vision, wir müssen irgendwas machen, damit dieses Unternehmen auch zukünftig weiter existieren kann. Weil wir sind, sage ich mal, der kleinste, größte Hersteller von Zeit und Überwachungsrelais. Und der Markt ist, sage ich mal, er ist okay. Man verdient sein Geld, aber er ist nicht mehr wachsend oder steigend. Und ich sage mal, das Thema haben wir uns angenommen. Wir haben gesagt, wir wollen das Unternehmen transformieren mit den Menschen. Mit wie vielen Mitarbeitern ist damals am Standort tatsächlich begonnen worden? Ich sage mal, wir waren immer so circa, das waren dann, ich weiß es nicht mehr, 93. Heute sind wir 87. Heute sind wir eigentlich, wenn wir die Startups mitzählen, sind wir über 100. Also das ist, das ist, das ist, das ist, sage ich mal, wir halten uns. Und bei uns geht es jetzt auch erst mal noch um das Thema, was wir die letzten sieben Jahre gemacht haben. Wir hatten sehr viele Herausforderungen aus der Vergangenheit, aus diesem hierarchischen System. Das war einmal, sage ich mal, eine, 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 eine nicht ganz erfassbare wirtschaftliche Lage. Es war, es war, es war, es war, es war wirklich ein bisschen struppig. Was machen wir denn in der Zukunft? Wo wollen wir hin? Wie, wie wollen wir diese Dinge machen? Und da war, sage ich mal, von den Mitarbeitern, die haben das nicht gespürt in dem Moment. Also die, die waren eigentlich immer zufrieden. Die haben ja ihr Gehalt bekommen. Es läuft ganz gut. Es war, sie hatten ja auch keine Transparenz. Sie wussten nicht, woher das Geld kommt oder wie das gemacht wird oder so. Wir hatten klassische Führungskräfte, die, die agiert haben halt, wie sie agiert haben. Und im Endeffekt, sage ich mal, wir, und das ist auch vielleicht auch gleich zu Anfang hin, ich vergleiche nicht. Man hätte das sicherlich auch das Unternehmen klassisch verändern können. Klassisch verändern können, wüsste ich nicht, ob wir heute mehr Geld verdienen oder weniger Geld. Das war aber nicht der Anspruch. Der, der Anspruch ist im Endeffekt, ein Unternehmen an sich bis möglichst nah an das sich selbst steuernde Unternehmen zu kommen, das in der Lage ist, sich permanent zu verändern, dem Umfeld anzupassen. Das war das Thema. Und natürlich nicht pleite zu gehen. Das heißt, wenn wir jetzt in Termini Techniki sprechen, dann geht es um Holokratie, Holacracy. B-Corps, Re-Eventing, Organisation, ein Mischmasch. Weil wir haben uns auch keine Berater geholt, wir haben es mit den Mitarbeitern gemacht. Also das war zum Beispiel prägende Dinge. Wir haben wirklich viel Geld, also jetzt, sage ich mal, investiert, indem wir, wir haben Anfang Mitarbeiter in Runden, in Gremien gesetzt und haben gesagt, redet über das Unternehmen. Dann sind die Mitarbeiter rausgekommen, waren frustriert. Das babylonische Sprachgewirr. Dann sind die Mitarbeiter, die ersten haben gekündigt. Wir haben am Anfang auch sehr viele Mitarbeiter verloren, weil das nicht verstanden wurde. Dann sind sie wieder, dann haben sie gehofft, dass irgendwie ein normaler Geschäftsführer bald wiederkommen würde, weil wenn man sich lang genug aushält und wird schon vorbeigehen und irgendwann fällt das, das sind die klassischen Mechanismen, die in so Unternehmen sind, wenn ich so lang genug verweigere, dann wird irgendwann eine nächste Sau durchs Dorf getrieben. Und das haben wir alles und das haben wir alles durchgehalten, der Christoph und ich. Bis sie dann irgendwann angefangen haben, sage ich immer, New Work oder neues Arbeiten brauchen ein bisschen Hoffnungslosigkeit. Als sie dann gemerkt haben, es wird nicht, also es ist ernst, es ist konsequent und das ist auch ein Kennzeichen ein Stück weit in unserer Organisation, fängt immer mehr an, dass es konsequent ist. Und dann haben sie angefangen, sich selbst zu organisieren. Und was heute all daraus ist, das musst du mal für Top-Down versuchen in einem Unternehmen einzuführen. Wir haben heute nur Besprechungen, die zwei Stunden lang sind. Das heißt, nach zwei Stunden wird es ja nicht schöner, sondern nur später. Das heißt, wir haben straff organisierte Besprechungen. Wir haben nur drei Arten von Besprechungen. Wir haben alle unsere Protokolle, unsere Formulare in einem Infonet. Das heißt, Agenda-Protokoll ist für jeden einsehbar. Und das sind natürlich Dinge, die jetzt erst auch so nach Jahren auch in die Entfaltung kommen. Am Anfang war es schwierig, aber das haben die Mitarbeiter gemacht. Sie haben ein Mitarbeiterhandbuch geschrieben. Basierend auf der Leitformel von Christoph haben sie ein Handbuch geschrieben, was permanent verändert ist, wie sie diese Leitformel interpretieren, wie es im Ist jetzt umgesetzt wird. Und da sind sie immer permanent am adaptieren. Und mittlerweile haben wir in den letzten sieben Jahren, glaube ich, viermal unsere Organisation radikalst verändert. Heute haben wir im Endeffekt nur noch gerade zwei Prozesse. Wir haben einen Innovationsprozess und einen Wertschöpfungsprozess mit Gremien, die da drüber, sage ich einfach mal, wo, wo, die Gremien sind auch mittlerweile, früher waren Gremien immer von allen Bereichen, mittlerweile heißen die Bereiche, keine Prozesse mehr, besetzt. Heute gibt es Spezialgremien, wo reingewählt wird. Dann gibt es Gremien, wo wieder alle Bereiche drin sein müssen. Und das organisiert sich. Und das machen die Mitarbeiter selber, weil sie gemerkt haben, dann haben wir noch immer so wie früher bei den Abteilungsgrenzen. Und da muss man eine gewisse Geduld haben. Und das ist auch ein Investment in die Zukunft. Da kommen wir vielleicht noch mal zurück zur Rolle des Regisseurs. Also es, glaube ich, wird immer klarer oder verständlicher, warum es dann schon eine Person braucht oder mehrere Personen, die ein bisschen Regie führen. Ja, während meiner, würde ich gar nicht überbewerten, da würde ich den Mitarbeitern Unrecht tun. Die sind, also nicht in Gänze immer gesprochen, aber ein Großteil ist kreativ und die wollen was umsetzen, die wollen Erfolg haben. Also was ich zum Beispiel auch gelernt habe, ist, dass die Mitarbeiter, die gehen eher, neigen sie zum Sparen, die muss sie eher immer auffordern, sinnvoll zu investieren. Also sie, also das ist, das ist ein Thema. Also unser Controlling ist auf Minimum. Das heißt, weil die Mitarbeiter doch ein sehr großes Bewusstsein haben, wie sie mit dem Geld umgehen. Meine Aufgabe ist im Endeffekt aber nur darauf zu achten, dass das jetzt kein Bereich irgendwie, sage ich mal, so eine Meinungsführerschaft hat oder, oder meine Aufgabe ist im Endeffekt nur da zu sein. Und das ist eigentlich das Aller, Allerwichtigste. Ich, und das ist auch ein großes Problem, was wir derzeit haben. Ich bin so ein Organisationsmonolith. Solange ich da bin, das hört sich jetzt echt doof an, besteht die Organisation. Da wird sie nicht in Frage gestellt. Das ist, das ist eigentlich so ein bisschen dieses, es braucht wahrscheinlich bei jeder Transformation, braucht es den einen, der es, der sage ich einfach mal so moralisch oder begleitet, der, der diese, der sagt, das machen wir so. Das ist schon okay so und ihr dürft. Aber das heißt, du hast in deiner Rolle und in deiner Funktion von Anbeginn dich in dieser, darin gesehen tatsächlich nur diese Veränderung zu machen oder warst du auch in den Geschäftsbereichen und Prozessen beteiligt? Am Anfang, sage ich einfach mal, war ich der Interim alles. Wenn gewählt wurde, wenn wir niemanden gefunden haben, der, der Prozessverantwortliche für den Sales, dann war ich es halt. Und dann die, das hat sich in den Jahren dann auch, bis sie dann gesagt haben, es gibt keine Doppelfunktionen mehr, es gibt dies nicht mehr, dies mehr, bin ich raus diffundiert. Und dieses Jahr bin ich aus meiner letzten, sage ich mal, verantwortlichen Rolle der Prozessverantwortliche Marketing auch raus diffundiert. Ich begleite noch punktuell, wenn mich jemand fragt und mache und tue, jetzt, wenn der Markus weg ist, sind die Themen drin. Aber das ist schon anspruchsvoll und muss man auch ehrlich sagen, bin auch ein bisschen müde jetzt so nach den, nach sieben Jahren und da muss man auch sehen. Und sagen wir mal, und jetzt der nächste Schritt wird sicherlich sein, auch meine Rolle neu zu definieren. Also ich arbeite jetzt dahin, dass sie irgendwann mal sagen, wir brauchen dich nicht mehr. Gibt dir irgendwo so einen Stehsatz, die beste Führungskraft ist, die du es nicht brauchst? Ja, genau. Und das ist eigentlich jetzt, wo es hingeht, wo ich sagen muss, und das ist jetzt, wir haben mir erlaubt, dieses Startup zu gründen, andere Dinge zu tun. Ich bin noch ein bisschen involviert. Also wenn man Tele jetzt heute sieht, ist es vielleicht 70, 30, 80, 20, 80, macht der Markus und ich mache noch so 20. Aber das sind so Dinge, wo ich einfach sage, ich muss jetzt auch aus dem Unternehmen über die Jahre, ich bin auch nicht die Zukunft, ich werde dieses Jahr 54. Das heißt also, wir müssen uns jetzt überlegen, wie wird zum Beispiel der Regisseur der Zukunft gesucht in diesem Unternehmen? Wollen wir Trainings machen? Wollen wir Leute reinholen aus dem Unternehmen, sich darauf bewerben lassen, vielleicht für den zukünftigen Geschäftsführer? Und diese Gedanken müssen wir jetzt anfangen, einfach mal zu denken. Mich würde insbesondere der Punkt der Selbsterkenntnis interessieren. Nämlich jetzt sehr spannend, was du für dich selbst an Selbsterkenntnis gewonnen hast, im Sinne von, ich bin noch nicht die Zukunft und so weiter. Aber ich glaube, der entscheidende Moment, dass du überhaupt beginnst, eine Organisation entsprechend zu verändern, hat ja damit zu tun, dass du verstanden hast oder erkennst, dass sich etwas verändern muss. War es aber auch beim Christoph da irgendwo so der auslösende Moment? Ja, also der Christoph ist eigentlich, muss man ganz klar sagen, ist der Haupttreiber. Also er ist sicherlich in diese Rolle als Geschäftsführer, musste er eintreten. Dieses Unternehmen hat von Himmel hoch jauchzend bis zu tiefen Tälern alles erlebt. Und an einem Punkt, wo es relativ schlecht ging, musste er Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, ich tue ihm nicht böse. Er ist alles andere, aber kein Geschäftsführer in einem Unternehmen. Also er hat es auch nicht gelernt oder irgendetwas. Aber er ist ein großer Visionär. Er hat klar erkannt, wie die Welt der Zukunft tickt. Und er war sehr enttäuscht immer von seinem Unternehmen, also wie es funktioniert. Und das ist auch, was wir auch bis heute so in gewissen Teilen, ist immer dieser Gedanke, Mensch, das muss man doch verstehen. Also das muss doch dem Mitarbeiter klar sein oder das muss man doch verstehen. Und ich bin immer schockiert und es ist auch heute noch in dem Unternehmen, wie wenig Verständnis bei Mitarbeitern, auch bei Mitarbeitern da ist. Also ich behaupte schlichtweg heute mal, wenn, selbst wenn wir 100 Prozent die optimale Organisation haben, haben wir noch immer nicht das Verständnis bei den Mitarbeitern in allen Tiefen, in allen Lagen mit diesem, sage ich mal, mit dieser Organisation umzugehen. Und ich glaube, das ist ein großes Thema, warum wir auch in der Bildungspolitik uns anstrengen müssen, was Neues zu machen, weil ich sage mal, es werden heute noch immer über Schulen, Universitäten, Menschen für klassische Organisationen ausgebildet, diese klassischen Themen. Und wir brauchen Menschen, die ein Bild von der Welt haben, die wissen, was sie wollen und was sie nicht wollen. Niemand muss meiner Meinung sein. Also das ist, hier in dem Unternehmen muss niemand meiner Meinung sein. Die Erwartungshaltung ist aber, dass er argumentieren kann, warum, weshalb oder sowas. Und dass wir in der Lage sind, daraus dann irgendwie eine Lösung zu finden. Also das ist nicht mein Einspruch, dass hier alle meiner Meinung sind. Also das ist gar nicht. Hat viel auch wahrscheinlich damit zu tun, dass nicht, ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf, ich tue es trotzdem, dass nicht jeder Unternehmer ist oder auch unternehmerisch denkt. Wir können die besten Organisationen machen und da muss eine Vertrauenskultur auch hin. Aber ein Mensch muss auch erkennen, das muss ich auch hier erkennen, wenn es nicht mehr passt, passt es nicht. Dann muss ich mich verändern. Und ich kann mich hier nicht rankrallen oder sowas oder wie in anderen Unternehmen so diese klassischen Mechanismen. Und ich glaube, der Mensch muss wieder klar, ich behaupte immer ganz provokativ, jeder Hirsebauer in Afrika ist mehr Unternehmer als ein Vorstandsvorsitzender eines großen Automobilskonzerns. Jetzt nenne ich keinen Namen. Auf jeden Fall, weil was machen die? Das ist das Bewahren der Erfolge der Vergangenheit. Versuchen sie immer wieder. Ein Hirsebauer kann sich nicht überlegen. Der muss seine Familie ernähren, der muss kreativ sein, der muss sich überlegen, wie geht es weiter und so weiter. Und das haben wir hier so ein bisschen in Mitteleuropa verstanden. Wir pampern uns zu Tode, auch gesellschaftlicher Seite. Es wird immer mehr abgenommen, abgenommen, abgenommen. Die Unzufriedenheit steigt trotzdem. Und keiner ist irgendwie mehr in der Lage, für sein Leben irgendwie die Verantwortung zu haben, sich sinnhaft sein Leben zu gestalten. Es ist dieses Thema. Und das ist eigentlich, wo wir auch so ein bisschen derzeit auch so ein Gegenpol oder ein Gegentrend zum gesellschaftlichen Trend sind. Also wir haben hier eine parlamentarische Demokratie nur mit dem Zusatz, die Wähler müssen mitarbeiten. Und das ist, also bring dich ein. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt und so ein bisschen mein Schwerpunkt auch in dieser Podcast-Serie, wenn es dann um das Erlebnis-Job geht, die Employee-Experience. Und ich bin einfach der Meinung, dass das mit Sicherheit einer der entscheidenden Faktoren oder wenn nicht der entscheidende Faktor ist, ob Unternehmen in der Zukunft erfolgreich sein werden oder nicht. Wie hat sich bei euch das Erlebnis-Job für die Leute verändert? Und wie nehmen sie heute ihre Jobs wahr? Unterschiedlichst. Also unterschiedlichst. Also wenn ich mir überlege, wenn ich mir überlege, natürlich in der Produktion. Da haben wir angefangen, das Arbeitsumfeld angenehmer zu gestalten, zu automatisieren, den Menschen zugewandter zu organisieren. Also und da muss ich immer sagen, wir heißt wir die Mitarbeiter. Also gerade so Dinge, wir sind eines, glaube ich, der wenigen Unternehmen, die Gleitzeit in einer Produktion haben, also flexible Gleitzeit. Das haben die Mitarbeiter erarbeitet. Auch Arbeitszeitmodelle, die wir haben. Alle die Mitarbeiter, Lohnmodelle, alle die Mitarbeiter erarbeiten. Das macht natürlich einen Großteil. Das ist schön. Ich sage immer, jetzt haben wir das alles so schön. Jetzt müsst ihr aber auf der anderen Seite auch an euch arbeiten. Jetzt müsst ihr auch ein bisschen liefern wieder. Also das ist, da geht es immer relativ schnell. Da sind die kreativ, da können die alles tun. Aber so manchmal, wenn es dann in die andere Richtung geht, dann dieses Unternehmen, da fehlt bei manchen noch ein bisschen. Du hörst auch manchmal die Unzufriedenheit bei mir raus. Da fehlt noch so ein bisschen der letzte Push. Ich habe immer gesagt, selbst wenn du bei uns nur Klötzchen stapelst, musst du aber ein Interesse haben. Und da lasse ich nicht los, an dich, an dieser Organisation oder an diesem Unternehmen zu beteiligen. Also intellektuell irgendwas besser zu machen und so weiter. Und da haben wir gerade so ein bisschen ein Thema, wo, wo, wie definiert man den Arbeitsplatz. Einerseits genießt man den Freiraum, die Dinge, die man tut. Aber genau auf der anderen Seite müssen wir jetzt genauso die gleiche Kreativität im Gemeinsamen tun und in den Themen, die wir in der Zukunft lösen wollen, machen wollen, wie wir erfolgreich weiterbleiben wollen, die müssen wir jetzt genau die gleiche Kreativität an den Tag legen. Du sprichst einen wichtigen Punkt an, das ist natürlich der wirtschaftliche Erfolg, den man sich durch Transformation erhofft, erwünscht, weil man schneller anpassungsfähig wird, weil man in seiner Innovation beflügelt wird, weil man kreativer wird etc. Also alles das, was man sich von New Work eigentlich verspricht. Kannst du es bestätigen? Jein, wie üblich. Und zwar, es ist so, es kommt ja immer auch darauf an, woraus man startet. Also wir haben aus einer Situation heraus gestartet, wo es nicht ganz gut und nicht ganz schlecht war. Nicht Fisch, nicht Fleisch. Wo wir angefangen haben, da war halt viel, auch viele Widerstände und ich glaube, dass es heute auch noch, wo es wirtschaftlich gut geht, hast du halt viele Widerstände, wozu? Und ich glaube, auf der anderen Seite ist es halt noch ein Thema. Wir sind die Babyboomer, die 1965er sind alle an der Macht. Die haben auch so ein, was soll ich mir die nächsten zehn Jahre das noch antun? Läuft doch. Und da ist es halt genau dieses Thema. Auf jeden Fall würde ich schon sagen, Voraussetzung ist, du musst bereit sein, in deine Organisation zu investieren. Das heißt noch nicht mal in Geld und in Beratern, sondern aber investieren. Egal, wie können wir es uns vielleicht heute auf den Energieausgleich. Du musst Energie reinstecken, um irgendwann mal wieder was rauszukommen. Das nächste ist, es ist kein Change Management. Es ist nicht Punkt A nach B und von B lassen wir es dann mal und gucken, wie es weitergeht. Das heißt also, du kannst es nicht mit einer klassischen ROI-Rechnung irgendwie machen. Das heißt Transformation, du heißt, du musst operative Exzellenz dir erarbeiten. Also im Tun und Handeln müssen die Mitarbeiter immer wieder adaptieren können. Das können wir mittlerweile relativ gut adaptieren können. Was machen wir jetzt? Wie gehen wir damit um? Jetzt haben wir ein Problem. Weil du nicht mehr planen kannst. Also was wir haben, wir planen jetzt keine fünf Jahre, wir planen ein Jahr und merken schon selber, dass wir da uns so oft revidieren und machen und tun und am Ende des Jahres muss alles bezahlt sein. Also das heißt, wir haben jetzt auch nicht unbedingt den Wachstumsanspruch, weil da sehe ich ein großes Problem, immer wachsen. Wir müssen wachsen, was die KV-Erhöhungen sind und ein bisschen sicherlich auch. Aber in gesättigten Märkten wird es immer schwieriger. Das heißt also, genau das versuchen wir ja auch ein bisschen. Wir versuchen zu ändern. Es kann mal sein, dass wir sehr gute Jahre haben, aber wir versuchen nachhaltig zu agieren. Also nicht, dass wir, wie es heute ja üblich ist, erst große Gewinne und dann Gewinnwarnung und dann 20.000 Leute raus oder irgendetwas. Wir versuchen da schon ein bisschen die Sache im Niveau zu halten. Wenn du jetzt die letzten fünf, sieben Jahre Revue passieren lässt, was würdest du sagen, sind die zentralen Prinzipien, damit so eine Transformation hinhauen kann? Fangen wir mal ganz oben an. Das heißt also, du musst erst mal überlegen, was bist du bereit abzugeben? Wie bist du bereit in der Zukunft zu agieren? Was brauchst du, um in deiner Rolle, oder du gibst sie ganz auf oder irgendetwas. Aber da muss es her. Also es wird eine Transformation, wird nicht funktionieren, wenn nicht irgendwie Entscheider dahinter stehen. Ich sehe heute, Change-Manager sind die ärmsten Ärsche in den Unternehmen, Entschuldigung für das Wort, aber die ärmsten in diesen Unternehmen, weil oben wird nach Geld und alles nach Geld bewertet und regiert und gemacht und die sollen eigentlich innen drin irgendwie was tun. Und ich sage mal, erst muss das Management, erst muss die Verantwortlichen, müssen sagen, was sind wir bereit in diesem Unternehmen zu verändern? Das ist einer der Hauptpunkte, den es gibt. Dann kommt der nächste Punkt, Transparenz. Einer der wichtigsten Punkte ist Transparenz. Vertrauen und die ganzen Dinge, die man so haben, selbstverständlich, also Freundlichkeit, Wertschätzung, was wir auch drin haben, Schönheit, was man alles da drin haben kann. Aber wichtig ist Transparenz. Transparenz, die Mitarbeiter können keine Verantwortung übernehmen, wenn sie nicht alle Zahlen, Daten, Fakten kennen. Transparenz bedeutet aber dann auch, wenn du dich dafür entscheidest, musst du deine Mitarbeiter empowern oder schulen oder wie man es auch nennt, damit sie das verstehen. Das heißt, du musst den Anspruch haben im Endeffekt, dass irgendwann mal jeder in diesem Unternehmen eine Bilanz lesen kann. Dass wenn Dinge, dass sie wissen, was ist EBITDA und was ist OPEX. Sie müssen nämlich, du musst irgendwann zu dem Punkt kommen, die jede Familie hat. Du musst in einem Unternehmen, wir haben heute irgendwas zwischen 12 und 13 Millionen, musst du feststellen, was sind 5000 Euro OPEX? Ist es viel Geld oder ist es wenig Geld? Dieses Bewusstsein musst du in die Mitarbeiter implementieren. Ich sage immer, früher habe ich als Geschäftsführer alleine schlecht geschlafen, wenn die Zahlen scheiße sind. Heute schläft ein ganzes Unternehmen schlecht. Das, was ja heute Führungskräfte machen, puffern und erklären, ist nicht so schlimm, wird wieder kommen, haben wir heute oder so. Das müssen wir gemeinschaftlich haben, weil sonst wirst du ja nach der ersten, blöde nach der ersten schlechten Zahl und kündigst lieber oder so was. Das passiert halt. Unternehmen haben halt Höhen und Tiefen. Das ist es halt. Und da musst du durch. Und dann musst du anfangen, in Maßnahmen zu denken. Was ist denn jetzt, wenn jetzt das passiert oder das passiert? Was machen wir denn als erstes gemeinsam? Was glaubt ihr denn, was ist besser? Und wenn du das mal hast, dann wird es tagtäglich besser. Aber das kannst du dann wieder kaputt machen, indem du halt einmal, sag ich einfach mal wieder rein, batsche, reiche ich, dann boah, 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 boah. Also man muss sehr vorsichtig damit umgehen. Also weil es halt, ich habe es mal vor Jahren gesagt, es ist irgendwie, für die Mitarbeiter ist es sicherlich so, wie mit links und rechts mit zwei 20 Liter Eimern eine schmale Treppe ohne Geländer hochgehen. Am Anfang wackelst du und tust du und wenn du stehen bleibst, musst du trotzdem weiter austarieren. Du kriegst einfach Muskeln, du wirst einfach geschickter, du wirst, es wird einfacher, aber es wird immer schwer bleiben. Also es wird immer neu sein, da oben bläst vielleicht der Wind. Für mich ist immer, das ist das Thema, diese Organisation, an wem sollen wir uns orientieren? An was sollen sich die Mitarbeiter orientieren? Am Anfang, oder nicht am Anfang, wir haben heute noch das Thema, die plötzlich merken sie, Unternehmer, Unternehmen ist ja nicht schwierig. Wir haben jetzt zwei oder drei Leute, die sich selbstständig gemacht haben. Markus, vielen herzlichen Dank für deine Insights, für deine Erfahrungsberichte, für deine Ausführungen. Ich hoffe, euch hat es gut gefallen und wir hören uns bald beim nächsten Mal. Danke vielmals fürs Dabeisein. Tschüss sagen, Markus Stelzmann und Max Lammer. Ciao. Ciao. Ciao.